Historische Bilder, die dir in der Schule nicht gezeigt wurden. Ein Foto von zwei Brüdern, die damals als Soldaten gegeneinander gekämpft haben. Ein US-Soldat, der die römische Reichskrone trägt. Ein Foto von Otto Frank, wie er das Haus der Anne Frank besucht. Dieses Foto zeigt Babys aus Russland, die draußen schlafen, damit ihr Immunsystem gestärkt wird. So sah der Eisberg aus, der die Titanic zum Sinken gebracht hat. Ein Foto von dem größten Mann aller Zeiten. Er wurde über 2,73 Meter groß.